Wir haben Fabian Harloff zu Gast im Talk.dot und werden ihm jetzt die wichtigsten Fragen zur Fernsehgeschichte stellen. Aus seiner Vergangenheit. Für was stehen denn die Buchstaben TKKG? Tod, Kotzen, Gehast. Gut. Gewalt. Wie heißen die Teletubbies mit Namen? Tinky Winky Dipsy Lala Po. Sehr gut. Und was haben Bob der Baumeister und Barack Obama gemeinsam? Den gleichen Wahlspruch. Mann, das ist ja einfach. Jo, wir schaffen das! Yes, we can! Talk.dot, Fabian Harloff. Wir freuen uns.